Soja Freunde, wieder eine Explode Batterie, eine Billigbatterie im Angebot bekommen für 4,44 Euro und zwar die Core oder Core. Sie hat 25 Schuss in 18 mm Kaliber und hat 110 Gramm NEM. Bekauft wurde sie bei der Feuerwerksvitrine in der Sommeraktion und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und schauen uns die Core an. Bis gleich. So, für euch jetzt die Explode Dekor oder Core. Wirklich kleine günstige Fächerbatterie. Eieiei. Dafür, dass die so günstig ist, ist die echt geil. Also Freunde, Empfehlung von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schalacko! 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 Vielen Dank.